Hallo, ich bin das Taggespenst Nöno von Kedoma und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei unserem vierten Musikvideo von Zootstripe, was auch ein bisschen über meine Geschichte erzählt. Also viel Spaß jetzt bei das Taggespenst Nöno. Bis dann mal. Tschüssikowski. Es lebt nicht in so hoh das Taggespenst, Gespenst, Gespenst Nöno. Doch richtig wohl fühlt es sich nur auf Wotterstein, ja denn nur dort, nur dort ist es daheim. Ganz genau. Die Uhr schlägt zwölf, doch es ist noch keine Mitternacht. Schon am Mittag ist die Zeit, wo Nöno erwacht. Keine Sorge vor Nöno, keine Angst. Es ist immer toll, wenn du seine Freundschaft erlangst. Ja, nur mal weg. Weit weg und kaum einem bekannt, wo ein Taggespenst lebt, dort ist Euland vergleichbar. Wie schön liegt den Stein, schön grün, nicht groß, doch schön, schön klein. Kein Dorf, Kuh, Blatt, Eselsohr und Otterstein lieben ihr Gespenst allein. Ja, das Gespenst allein. Das bin ich nämlich. Es lebt nicht in so hoh. Das Taggetag, Gespenst Nöno. Das bin ich, ja ganz genau. Nöno mag die Dunkelheit nicht, deswegen kriegt man es nur an Tage zu Gesicht. Ja, drum Tage, anständige Leute schlafen ja in der Nacht. Spucken tut es nur auf Burg Otterstein, denn das uralte Gemäuer findet es so fein. Gerne hören Kinder zu, wenn es Abenteuer erzählt. Nöno ist halt das tollste, tollste, tollste Taggespenst der Welt. Es lebt nicht in so hoh, das Taggespenst Nöno. Doch richtig wohl fühlt es sich nur ein Otterstein. Ja, denn nur da ist es daheim. Ja, wohl, das ist ein Scheiß. Wer Wolf oder anderer Feind, werden lachend von Nöno angeleint. Denn wenn jemand Nöno was stehlen will, will, lässt das Taggespenst nie, niemals stillen. Äh, so, sind ja meine Sachen. Aller Anfang ist halt schwer, schwer, schwer. Doch bei was Bösem setzt sich Nöno zur Wehr. Ja, normal, ne? Denn es lebt nicht in so hoh, das Tagge-Tagge-Taggespenst Nöno. So, Feierabend, Leute! So, Feierabend Untertitelung des ZDF, 2020